Hallo und herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge Valheim mit Sabrina. Juhu, ich lebe noch. Juhu. Ja, und ich habe mich nochmal mit dem Dach befasst. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hier machen soll. Vor allem das eine sieht nicht aus wie das andere. Und so. Deswegen mache ich das dann auch gleich mal wieder weg. Und du bist noch mit der Arena, ne? Ja, ich bin jetzt in den letzten Zügen. Okay. Ich gucke jetzt noch nach ein paar Lichtern. Das war der Stuhl. Okay, ja. Und dann kann ich dir nachher gleich Bescheid sagen. Ja. Okay, das bringt gut. Damit du zum Testen kommst. Ja, na sowas von. Was reiß ich denn da gerade ab? Jetzt habe ich schon wieder irgendwas abgerissen, was nicht abgerissen werden werden sollte. Ah, ich sehe schon. Die Bödenplatte. So. Äh. Oh. Wie soll ich das denn bitte machen hier? Das gibt alles keinen Sinn. Ist die so? Ja, ist so. Echt jetzt? Ist das da echt zu hoch? Ja, tatsächlich. Hm. Okay. Ich weiß noch nicht, wie ich das hier regeln soll. Kommt mit alles noch so ein bisschen hm vor. Dass hier so wichtig ist, weiß ich auch nicht. Irgendwie. Das kann ich dir schon mal sagen. Wenn du herkommst, knistert es gewaltig. Es knistert. Es knistert. Okay. Was soll ich denn hier machen, Mensch? Ich müsste eigentlich hier unten auch nochmal was reinpacken, glaube ich. Und schon sieht das kacke aus. Klar. Weil, auch warum immer. Guck mal, der Dock nehme ich da unten an. Was er gar nicht soll. Aber nun gut. Schwierig. Ich sage ja, die eine Seite wird nicht wie die andere. Und das finde ich ganz komisch. Hm. Nun gut. Kriegen wir hin? Oder so? Guck mal, genauso wie das hier. Das ist doch blöd. Muss ich dann hier so machen? Wahrscheinlich, ne? Ach, Kinder. Hm. Ich glaube, ich sollte mich eher um die Seite erst. mal kümmern. Und dann um die Eck. Oder zum Eck kommen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe sowas auch noch nicht gebaut. Aber das sehen wir ja dann. Irgendwie wird das gehen. So, dann setzen wir die Dinger jetzt wieder da dran. So. Also, die kommen auf jeden Fall da hin. Okay. Nee. So. Also, ich bin schon mal froh, wenn das Dach fertig ist. Weil dann kann ich euch zumindest die Kirche als fertigen, äh, als fertiges Gebäude auch zeigen. Denn das Einrichten, das, ne, das Interieur, äh, das zeigen wir euch dann, ähm, in der nächsten Folge, wo wir ja dann den Rest im Off praktisch gemacht haben, ne? Ja, genau. Ja, genau. Ich war gerade so, ich bin hier gerade nicht so, wie ich das so will. Achso, ja, nee, ist klar. Oh Gott, jetzt muss ich aber hier mal hin, nach oben, ne? Das wird sonst schwierig. Ah. Dann hat man die eine Idee, dann hat man noch eine Idee, dann hat man noch eine Idee. Natürlich. Das geht dann... Oh, jetzt passt das schon wieder nicht. Warum? Wo muss ich denn damit hin? Da etwa? Oder ist das auch schon wieder nix? Hä, wieso sieht das so anders aus? Weil das auch falsch ist. Och, Menno. Wo muss der denn dann hin? Hier? Nee. Der muss doch nach außen. Weil da klickert der nicht ein. Da. Wer ist der jetzt richtig? Nee, auch nicht. Ich mache echt zu viel hier. Atmen. Atmen? Atmen. Ja, atmen. Oder ist das hier? Also irgendwo muss es ja den Punkt geben, wo die beiden... Ah, hier. Aber interessanterweise ist das auch nicht unbedingt das, was... Naja, sorry. Oh. Das ist alles ganz schwierig. Und das geht auch wieder irgendwo ins Nichts. Und der ist auch verkehrt. Der ist verkehrt. Aber ich muss ja jetzt irgendwie in die Ecken kommen, ne? Das wird ja... Das wird ja... Genau. Fall du mal auseinander. Du auch. Das ist, wenn man nicht konzentriert genug ist. Weißt du? Dann passen hier nämlich Dinge. So wie das jetzt hier. Das wird auch nicht. Das ist schon mal grundlegend verkehrt da. Und der auch. Und der. So. Warum bekomme ich jetzt die Seite nicht so hin, wie die andere? Erklär mir das mal. Das kann ich dir nicht erklären. Warum nicht? Also ich weiß nur, wenn du jetzt kurz eine Pause brauchst, kannst du dich hier in meinem Trainingslager abreagieren. Ja? Ja. Ich glaube, dann werde ich diesen Ratschlag mal ganz einfach befolgen. Aber es knistert hier bei mir. So, ich werde dann noch den Flugmodus abschalten. Und den Baumdings abschalten. Und ich werde jetzt mit dem Bogen kommen wahrscheinlich, ne? Ja. Genau. Dann gucken wir uns das mal an. Oha. Oha. Komm ich überhaupt... Aua. Die andere Seite kannst du auch aufmachen. Oha, okay. So, dann machen wir das wieder zu. Sind das Kanonenkugeln? An die Steine. Okay. Und jetzt muss ich, ähm... Wie komm ich hier hoch? So. Was willst du denn da oben? Da, wo du stehst. Oder wo muss ich denn... Ich stehe nur vor Deko-Zwecken. Achso. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Dass das geht. Ah, der steckt ein bisschen tiefer. Das ist ja geil. Das knistert schon sehr hier, ne? Ja, aber ist auch okay. Das ist ja nun mal sehr hell auch. Ja, das ist ja mal richtig cool. Ja, das würde man erst sehen, wenn wir im Nachtmodus wären. Ob das zu hell ist, ob ich wieder was wegnehmen muss. Ja. Wahnsinn. Gut, also mit dem Schwert sollte ich jetzt hier vielleicht nicht drauf rumpöllern, weil dann ist das nämlich direkt wieder kaputt, ne? Dann töte ich dich. So. Aua. Ja, finde ich ja richtig nice. Also richtig gut. Und ich denke mal gut gesichert, ne? Hm? Ja. Ich denke mal auch richtig gut gesichert. Ja, definitiv. Super. Dann wollen wir mal gucken, was du da so fabriziert hast. Ja, das ist noch die große, große Frage. Mal so von einer anderen Perspektive. Auch wenn es ja ziemlich klein ist dann da unten bei mir. Ich muss nicht den richtigen Punkt finden für den ganzen Quatsch hier. Aber das sieht schon echt nice aus. Ja, ne? Ja, wo bist du? Hm? Ich bin auf der anderen Seite und mache... Nee, Moskito. Ach, Moskito. Ich habe gehört... Äh, verstanden. Wo bist du? Ja, Moskito, wo bist du? Ach so. So, ich muss das aber hier echt nicht machen. Schon wieder eine. Komm her. Hä, wieso geht... Geht das jetzt nicht, oder was? Da unten irgendwie? Ich kriege die nicht zu packen, du. Geht das? Die Sumsel immer um mich rum. Ja, natürlich. So, dann setzen wir die da noch rein. Das hier darf nichts. So, und schon ist wieder grün und blau und alles. So. Dann können wir die sogar hier oben noch dran setzen. Mhm. Weitere Dachelemente und dann haben wir das nämlich auch gleich geschlossen und braucht keine komischen Eckteile da irgendwie hinsetzen oder so. Ich weiß es nur noch nicht. Mal gucken. Naja, dazu ist es noch nicht, aber... Ach doch, ich muss. Ich sehe schon, ich muss. Okay, 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 ich muss raus. Nee, eigentlich auch nicht, wenn ich das mir so angucke. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Schon wieder noch nicht. Warte mal, wenn ich das hier hinsetze. Kann ich den auch noch einsetzen? So, warte mal, dann ist das aber... Ist das hier über 50? Und dann haben wir hier so ein komisches Ding. Also schön ist natürlich anders. Da muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Weil, da sind die so und da nicht. Hm. Na gut, aber jetzt müsste ich das da hinsetzen können. Guck mal, das passt. Ja, das geht. Okay. Dann kann ich hier vielleicht die Dinger noch bauen. Gucken wir, ob das geht. Ja, super, ist natürlich auch... Oh, okay. Ist natürlich auch nicht mittig. Aber... Es guckt ja auch keiner da oben hoch. Und vor allem, es muss ja auch nur halten. Ne? Eben. Sieht trotzdem komisch aus. Hm. Naja. Okay, aber das geht. Da muss ich nachher nochmal ran. Auf die Seite. Und jetzt kann ich das hier aber endlich zumachen, glaube ich. Ah ne, hier ist nur eins. Warte. Hier ist noch ein Teil. So. Okay. Dann kann ich ja jetzt hier weitermachen. So. Hm, wie lange, wo meine Bäume brauchen, die ich so gepflanzt hab? Ja gut, wir haben jetzt den Tag-Nacht-Zyklus nicht. Das wird ein bisschen schwierig. Ach so. Hm. Ich vermute mal, das liegt daran. Was ich mir hier wieder für einen Quatsch zusammenbaue, ist ja auch wieder eine Frage, ne? Ja, das passt ja schon wieder ein bisschen nicht. So. So. Oh, jetzt muss ich hier das mal wieder machen. So, dann kommen die jetzt wieder da rein. Stärkung. Hey, da sind schon welche gewachsen. Ja? Ja. Okay, wie geht das? Das weiß ich nicht. Hm, okay. Da sind schon welche drin. Da noch einer hin. Da sind schon welche drin, okay. Da kann doch keiner hin. Ich da schon was, ja schon, ne? Hm, egal. Hauptsache, es hält. Das ist die Hauptsache. So. Dann die Teile jetzt noch. Okay. Okay. Aber, ich sehe schon, das schwebt in der Luft. Das geht nicht. Das geht, weiß Gott, nicht. Deswegen ist das Dach jetzt auch schon wieder Mist. Fuck. Piep, 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 Also machen wir da einfach einen Trick draus. Wir setzen hier einen... ...solchen Balken... ...solchen Balken hin. Dann ist das abgestützt. Und wir haben... Oh, das gefällt mir. Aber eigentlich nicht. Weil es hier anders ist. Ach, Mensch. British. Ist das so? Dann ist das so. Mann. Trotzdem ärgerlich. Aber gut. Haben wir zumindest das hier oben alles gleich und so. Schön und alles. Ne? Ja, eben. Dann haben wir das Dach auch wirklich fertig. So. Und dann kommen noch die Seitenteile dran. Und dann haben wir es. Ja, wie gesagt, die Innenanrichtung, die mache ich dann im Off. Und... Ja. Besser ist. Ja, siehst du? Da ist dieser Stein. Ja. Der hat gefehlt. Na gut, okay. Dann wissen wir das ja. Und hier müsste das eigentlich schon fast reichen. So. Na, so. Ob wir das hier noch hinsetzen können. Das ist vielleicht ganz cool. Ja. So, wenn die jetzt alle gewachsen sind... Ja. Dann sind wir... ...gut bewaldet. Ja. 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 Da haben wir das schönen Grün hier bei uns. Mit Birken. Das ist cool. Okay, ich habe vorhin da hinten ganz hinten eine Buche gepflanzt, aus Versehen. Oh, das macht nichts. Die werden wahrscheinlich genauso verwundert sein wie unser einer. Sofern das überhaupt hier wächst, ist die Frage, ne? Ja, der ist ziemlich groß. Ja, wegen der Dürre. Also, wegen der... Äh, Mist. Habe ich das Dach weggenommen da? Äh, wegen der Dürre. Deswegen... Ja, durch Birken... Birken kann ich ja pflanzen. Ja. Birken wachsen hier überall. Das stimmt. Wo wir dachten, dass das normales Holz sei. Mhm. Dabei war das was? Edelholz, ne? Ja. Ja. Ah, siehst du? So. Die Dinger haben. So. Eigentlich kann hier auch... Jeweils haben wir es A, optisch besser und B, von der Stabilität her. Wäre das dann auch gewährleistet. Vor allem, wir haben dann alles gleich. Ja, nicht ganz. Wir haben hier noch was. So. Wir gucken jetzt hier nochmal. Hier ist alles gleich. Nein. Ist es nicht. Dann habe ich ja Hoffnung, wenn der Boden erzittert... Mhm. ...dass nicht sofort die Trolle uns sehen. Ja. Das stimmt. Warum sind eigentlich Trolle in der Ebene? Ja, das frage ich mich ja auch. Oder haben wir hier angrenzend den dunklen Wald irgendwo? Wo? Äh. Kann das sein? Ich gucke mal. Ja, haben wir? Haben wir echt? Ja, vielleicht kommen sie von dort. Oh, Lachse. Lachse. Muss ich hier echt noch eine Reihe Stein hinbauen? Passt das nämlich hier nicht? Wollen wir mal eine Runde Spaß haben? Könnte wieder Loksfleisch gebrauchen. Ja, dann hau rein. Mal rein da. Ich bin da jetzt hier gerade noch. So. Das hängt aber auch in der Luft hier, das Ding. Wo kriege ich das denn da jetzt hin? Das ist doch falsch. Ach so. Okay. Ja, dann. Open. Ist das so? Ist das hier echt so? Hui. Hui. Alles meins. Frag ich mich natürlich, ob das hier so original ist hier so alles. Oder stören die Teile gerade hier so enorm. Das ist fast so aus. Dass diese Balken hier einfach zu viel sind. Und dass die dafür rein müssen. Ja, siehste. Deswegen ist das so komisch. Aber gut. Guck mal, das hält wieder rum. Oder das passt wieder rum. Jetzt bin ich immer gespannt, ob das hier eh andersrum. Müsste aber hier sowieso nur einen halben setzen wahrscheinlich. Schon fast so. Ja. Ist ein halber. Und hier wohl auch. Ja. Okay. Gut. Dann haben wir jetzt hier die... Ein paar vollen. Die ganzen. Dann haben wir hier wieder einen halben. Ach mal. Blöde Missviecher, ey. Was machst du denn? Wollen die nicht? Du hast doch hier so einen Ober-Hyper-Power-Dings-Rödeldön. Ja, aber wenn die im falschen Winkel kommen, triffst du sie einfach nicht. Naja, das stimmt wohl. Oh. Ich gehe hier lieber mal weg. Da hinten ist ein Dorf. Okay. Nee, ich gehe nicht ins Dorf. Nee. Schon gar nicht alleine. Den Spaß können wir uns ja mal zusammen uns gönnen. Ich bin ja nicht lebensmüde. Nein. Okay, manchmal schon, aber... Nö, nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. Muss nicht sein. Nee. Ich gehe gerade da an. Hier auch. Hier auch. Und hier? Was soll das denn jetzt? Jetzt geht das nicht. Jetzt habe ich da bestimmt gleich eine Lücke. Weil irgendwas ist hier krumm und schief. Oder anders. Oh. Oh, Moltebären. Die brauche ich alle zum Kochen. Ja? Ja. Was kannst du damit machen? Ich glaube, Fleischfasthäte. Okay. Ja. Fleischfasthäte. Da brauche ich nämlich einige von. Ich rieche mich jetzt einfach mal gar nicht auf. Jetzt habe ich hier so ein dummes Loch. Das machen wir jetzt anders. Das machen wir jetzt so. Und dann haben wir da kein Loch. So. Unglaublich. Ja, fein. Dann haben wir das nämlich zu. So, dann muss jetzt aber hier noch eine Bahn rein. Und dann haben wir es auch schon. Von hier ist es besser. So, dann können wir nämlich hier noch den großen, das große Kreuz setzen. So, hoffentlich. Mal schauen, ob das da noch hinpasst. Jep. So. Ja. Dann haben wir die Kirche fertig. Ja, das sieht komisch aus da. Was ist das denn schon? Wie ich schon wieder so gut reißen muss, ne? Toll ist das jetzt natürlich nicht, aber. Ne, das haut dann hier vorne schon wieder nicht hin. Mal hier, dann lappt das hier so alles so dumm über. Dann habe ich wieder so zehn Dächer übereinander. Na, das ist auch Quatsch. Zumal das dann sowieso nicht halten wird. Also. Nun, dann nehmen wir das wieder weg. Dann muss ich mir hier was einfallen lassen. Ja, sowas. Wann eben krumm. Also wie den Quatsch hier. Das ist auch sowas. Ich sehe noch. Ich sehe noch einen Loks. In der Arena. Ich gehe mal raus aus dem Flugmodus. Und Baumodus auch. Raus. Habe ich das Schwert in der Hand? Ja. Und dann komme ich mal zu dir. Ich sehe schon, du hast deinen Spaß. Warte mal, was ist da hinten? Das geht ja nicht. Das sieht voll schön aus. Ich sehe nichts. Das ist so hell. Die Sonne, die ist so unglaublich. Guck mal, hier ist ein kleiner. Hast du gesehen, wo der war? Der ist auch... Hä? Bei mir ist der in die Erde gegangen. Bei mir nicht. Was? Unglaublich. Na gut. Ah, ich sehe, unsere Folge ist auch vorbei. Guck mal, wie schön das hier aussieht mittlerweile. Na ja, guck mal, und die Kirche ist auch soweit. Na ja, da oben, da möchte ich dann doch noch ein paar Kleinigkeiten machen. Aber... Na ja, das will ich auf jeden Fall ändern. Aber wir haben es. Und dann... Ich muss da mal reingehen. Müssen wir erst mal von drinnen angucken. Warte, erst mal ein Schwert wegpacken. Ja, kann sein, dass das so ist. Ich weiß es nicht. So, hier kommt dann der Altar hin. Da oben ist noch alles offen. Kommt da der Altar hin. Und hier so Sitzbänke, ganz viele. Na? Wir müssen noch irgendwas finden für ein Taufbecken. Bitte für was? Ein Taufbecken. Ein Taufbecken, ja. Das kriegen wir auch hin. Das kriegen wir hin. Gut, dann würde ich sagen, das war es mit dem Bauprojekt Kirche und Allgemein. Beim nächsten Mal werden wir uns dann mal wieder an das Normale begeben. Aber so haben wir das auch mal gemacht für euch. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß noch weiterhin. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Und bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Bis dann, ciao, ciao.